wohin geht es kann sein dass ich plötzlich rausfliege weil ich habe so echt sicher sicher wirklich sicher ja sicher sicher dann okay also okay auf geht's leute übrigens guckt mal beim dash vorbei ich habe sein insta in der videobeschreibung markiert oder gepostet keine ahnung wie man das nennt ich habe ihm vorbei ich glaube er mag irgendwie aberkinder sowas also seid nicht ganz verschreckt ja mal komm nachher da bist du verschreckt gibt ja einfach alle beide ich glaube du brauchst ja das glaube ich auch können gehe ich ins ganz linke haus einfach mal ein haus weiter aber achtung das ist nicht selbst weil auf jeden fall war hier jemand ja das sieht aber doch wo ich höre was beim hier bei mir bei mir bei mir bitte herkommen ja 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 wie geht es dir so hey komm dash wir spielen zusammen alter was ist das boah geil was während waren geht das ich habe das noch nie gewusst die automaten sind neu ich höre jemanden ich höre jemanden ich höre jemanden da hier ja ich bin jetzt mal gespannt wie viel hp er noch hatte 18 hp ich glaube ich habe gerade irgendwie charakter gewechselt ich glaube ich habe irgendwie nur ein da ja ja ich bin jetzt draußen also pay to dance ganz einfach ja ja wohin geht es wohin geht es wohin geht es wohin steht heute kann ich mit jeder indien habe dich auch nicht einfach mal da dahin nein das war nicht böse gemein dahin okay wir gehen ja ja ist klar raus springen ja es ist ja so wie patschi das so dumm bin ich jetzt auch noch nicht ja auch noch nicht auch noch nicht also leute für alle profi zocker die es jetzt hier sehen es tut mir wirklich leid wir sind einfach nicht so gut wenn wir jetzt gerade alles falsch machen was man falsch machen kann dann tut es mir auch leid ja im rainbow kennen wir so ein bisschen aus aber hier das ist neuland für uns für dich höre milch oder da baut jemand ein baum gefallen zu mir sag mal die gott 30 30 30 ist das sind kein 30 da hat er hinterm baum da ich habe ihn getroffen ich habe ihn getroffen ich habe keine muni mehr das gefühl dass sie jetzt weiß das ist gerade kommt und doch nicht ich habe ich bin tot ich bin weg oh man ich hätte gleich zu dir laufen batterie kontroller so geht wir brauchen sturmgewehr 1 2 sturmgewehr da liegt das das auf krug das ist das dauert dauert aber länger das ist das überhaupt das gibt ja alles ja aber ich brauche noch kann ich ja auch auf behalten ich mein leben verloren hat ja ich weiß aber wenn ich glaube ich brauche wirst du schnell leben verlieren ok auf geht's oh hast du ist heute kommt ich sehe ich habe ihn mal getroffen Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Ich habe gerade einen richtigen Fight. Schalldärmpferpistole. Ja, ich habe es gesehen. Wenn du damit gut spielen kannst. Dem er das gesagt hat, der wurde gesnipht. Der ist ja auch talurisch. Ich sehe einen auf dem Dach da. Bei 136. Niedergestreckt. Ich habe jemanden niedergestreckt. Fuck. Dash, hörst du mich? Dash? Dash. Leute, Dash ist auf gar. Nicht da reingehen. Okay, komm raus. Schnell. Da war eine Falle. Gib dir Heilung. Hast du Heilung? Ja, ganz wenig noch. Hier ist doch jemand. Ich höre den. Da! Zwei! Dash, hier. Ich bin tot. Du bist auch tot. Schade. Walder. Aber wir wurden... Wir wurden... Wir wurden 13. Und 12. So ungefähr nicht. Ups, ich bin ein bisschen zu früh ausgestiegen. Macht nichts. Solange du ankommst. Sorry, ich bin ein bisschen viel zu früh ausgestiegen. Ach, du bist noch gut in der Luft. Aber ich hab bald keine Luft mehr. Oh, da fliegen richtig viele hin. Ne? Ist noch gar kein. Noch zwei andere Teams. Ja, ein anderes Team. Ah ja, eins. Das will ich schnell werfen. Ich hab die goldene Waffe. Ich hab die goldene Waffe. Ich hab die goldene Waffe. Let me finishen dich gleich gleich. Also Achtung. Uh, die... Der ist die Beste. Da ist er rechts. Ja, das ist ein Kill. Ich hab die mit ihm gekillt. Ja, das ist ein Kill. Oh, ich auch. Der andere ist rechts. Oh, da bist du. Hab ich ihn schon. Oh sorry, war es deine? Egal. Na passt schon. Ich bin so fies, warte. Ich bleib einfach neben dir. Maaan. Du nervst. Oh, hier ist auch so ein Automat. Oh, meinige. Oh, Gold Ska. Für 500. Oh, für 500. Stein. Schafft ihr das? Ich hab 60. Ich geh jetzt Steine abbauen. Stein oder Metall? Ähm, Stein. So, habt ihr was abgesetzt? Oh, fast hätte ich das Falsche gekauft. Äh, können wir 500 Holz sammeln für mich? Hast du den Minigang gekauft? Dafür brauchst du kleine Munition, die geb ich dir. Okay, jetzt. Jetzt kein Lärm mehr machen. Jetzt gar kein Lärm mehr machen. Weil... reden noch 13 gegen mich. Okay. Jetzt konzentrieren wir uns, meine Leute. Jetzt wird's spannend. Ab jetzt lasse ich's, glaube ich, mal durchlaufen. Und gucken wir mal, wie lange das noch dauert. Wie dauert es hier? Oder vielleicht schneide ich auch ein bisschen. Hitterbier! 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 Bitte hilf mir, bitte hilf mir! Komm zu mir! Nein! Komm einfach zu mir. Ich hab den Gras gehittet. Hast du verbannt? Ich hab keinen. Ja. Goggeln wir gleich. Heil dich da unten und geh nicht weg. Hab ihn. Gut. Leute, wie ihr seht, bin ich ein ziemlich krasser Noob. Aber... Der hat ja auch eine goldene Skar. Nimm die dir. Oh mein Gott. Rustiger Regen. Du weißt schon, das Leben nach 5 Leute und du springst Trampolin. Hab dich auch lieb. Das Leben nach... 3 Leute. 3, ja, stimmt. Hast du noch ein Schild tragen, zufällig? Ne, sonst hat sich im Kirche auch schon getrunken. Oh ja. Bleib mal bei mir jetzt, bitte. Okay. Ah ja, da hat er zwei geschossen. Ah, ich seh den. Oh shit. Äh, bau mich ein. Bau mich ein. Okay. Heim, 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 heim. Heim, heim, heim. Der beste Einbauer. Der kommt, der kommt. Ich bin down. Oh man. Wir wurden erster... Äh, wir wurden zweiter und dritter. Nein, dritter und vierter. Nein, vierter und fünfter. Wir waren vierter. Du hast ne Falle gehabt. Ja, vierter und fünfter. Ja. Oh man. Wir waren so kurz davor. Kurz davor. Ja. Und, überlebt er das jetzt noch? Er stirbt jetzt. Glaube ich nicht. Er könnte sogar noch gewinnen. So ein Granatenwerfer ist ja so OP. Ach, krass. Oh mein Gott. Wie krass. Der wird jetzt Erster. Eins gegen eins. Eins gegen eins, meine Damen und Herren. Wir gucken dem noch zu. Ist doch besser gegen den Gewinner zu verlieren, äh, als gegen den Verlierer zu verlieren. Ah, der hat schon elf Kills. Stimmt. Ziemlich krasser Typ. Ja, mit uns beiden. Äh, dann, äh, zehn, neun. Dann mit dem noch acht. Heißt du, bis hierhin. Ja. Acht Kills. Das schaffen wir beide. Nicht so was. Aber ich hab zwei Kills gemacht. Scheint. Nein, ein Kill. Ein Kill. Sorry. Passt schon. Sieben Leute schauen hinzu. Bei mir steht das halt. Alter. Ja. Passt für einen. Boah, ich hätte dich so gefeiert, wärst du Erster gewesen. Ey, wir wären ja so die Jills gewesen. Oh, jetzt hör ich eben. Ja. Jetzt kämpfen sie gleich. Er braucht sie schon extra hoch dafür. Wie viel Material hat er denn gehabt? Also er ist nicht schlecht. Er hat sicher viel. Von uns hat er auch, ja. Material. bei mir. Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tash, schön mit dir einmal aufgenommen zu haben. Und wir zocken jetzt Rainbow. Ciao, ciao.